Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich. Heute ging es in der Früh, musste ich das erste Mal mein Zelt ein bisschen nass einpacken, weil wir haben neben so einem Maisfeld gezeltet, in einem recht hohen Gras, und es hat ganz schön getaut über die Nacht und es lag auch im Schatten, deswegen ist er morgen nicht richtig getrocknet. Ja, musste ich eben das erste Mal nass einpacken, aber alles halb so wild. Ja, dann ging es noch mit den beiden, Thiebo und Martin ging es noch für ungefähr 30 Kilometer, sind wir noch gemeinsam gefahren und dann haben wir noch eine Pause zu gemacht und dann uns eben getrennt. Und ja, das war ja wirklich echt eine super, super schöne Zeit mit den beiden und es hat mir irgendwie doch ganz schön zugesetzt, dass wir uns dann wieder getrennt haben. Hat sich echt total komisch angefühlt, dass ich dann auf einmal wieder alleine weitergefahren bin, weil es war auch die letzten Tage so, ich habe mich überhaupt nicht um die Route kümmern müssen, das hat alles der Martin immer geregelt. Und ja, mit Essen war alles irgendwie einfacher oder haben wir halt immer gemeinsam gemacht und so. Und das war schon ein komisches, mulmiges Gefühl, dann auf einmal wieder alleine weiterzufahren und war ich doch recht traurig. Aber ja, habe mich dann jetzt auch schon, glaube ich, wieder daran gewöhnt und hat ja auch was natürlich an sich, aber ja, kann wirklich nach dem Nachhinein nur sagen, war eine wunderschöne Zeit mit den beiden und werde auf jeden Fall mit denen in Kontakt bleiben und die vielleicht auch mal irgendwann wieder besuchen, denn Straßburg ist ja auch nicht so weit. Aber ja, war auf jeden Fall eine schöne Sache. Und dann ging es heute hoch und runter durch Frankreich in einer brütenden Hitze, aber bin dann doch noch recht weit auch gekommen. Bin jetzt hier an einem Ort, kurz vor Pratars, heißt der. Und da bin ich dann an so einem Haus vorbeigefahren, wo ein recht großer Garten mit Swimmingpool und insgesamt ein recht schönes Haus war. Und da habe ich dann geklingelt und habe ihn gefragt, also die Frau spricht so ein bisschen Englisch, die mir aufgemacht hat und habe ihn gefragt, ob ich bei denen im Garten mein Zelt aufschlagen dürfte. Und die hat mich dann natürlich sofort eingeladen, jetzt mit denen zu essen und dann auch bei denen im Haus zu schlafen und so. Also das war sehr nett, das ist eine sehr nette Familie. Leider auch wieder völlig ohne Englischkenntnisse, wie gesagt, nur die Frau so ein bisschen. Aber der Mann und die zwei Kinder, habt ihr noch zwei Kinder? Einer in meinem Alter, ein Sohn in meinem Alter, ein anderer 16 Jahre. Wirklich praktisch, also kein Wort Englisch. Ja, das ist halt einfach ein bisschen schade, wenn man dann zusammen ist und man sich kaum verständigen kann oder nicht wirklich tiefere Gespräche führen kann. Ja, wieder schöne Grüße an meine Eltern an der Stelle, die mir damals den Rat gegeben haben, Latein anstatt Französisch zu nehmen. Da habe ich jetzt den Salat. Ne, aber war trotzdem ein wirklich sehr schöner Abend und dann haben wir noch gemeinsam das Auftaktspiel von der EM Türkei gegen Italien angeschaut. Und ja, also war doch und durch wieder ein sehr schöner Tag. Und morgen geht es dann weiter. Ich denke an die Küste. Jetzt bin ich noch knapp 300 Kilometer vor Bilbao. Das heißt, ungefähr in drei Tagen werde ich dann in Bilbao sein und eben jetzt erst noch an die Küste Frankreichs fahren und dort eben an der Küste dann entlang zu fahren, um mir die ganzen oder möglichst die meisten Berge zu sparen. und ja, schaue ich einfach mal, wo es mich dann morgen hin verschlägt. Bis morgen dann. Ciao.